Es ist kalt draußen, die Straßen sind beleuchtet und im wohligen Zuhause wird gesungen und gelacht. Dazu die Familie, warme Getränke und was natürlich auch nicht fehlen darf, die Geschenke. So oder so ähnlich stellt man sich doch das perfekte Weihnachtsfest vor. Und so scheint es auch bei Jasmine Grace zu sein. Die uneheliche Tochter von Fürst Abert stößt im bunten Weihnachtspullover mit ihrem Freund auf das Fest der Liebe an. Ob sie sich da wohl einen leckeren Glühwein gönnen? Auch die schöne Mutter der Fürstentochter ist vor Ort. Tamara Rotolo schreit mit ihrer Tochter nur so um die Wette. Dieses Foto ist der Beweis. Das Lächeln hat die 28-Jährige definitiv von ihrer Mama geerbt. Zu den Aufnahmen schreibt Jasmine, ein frohes Weihnachtsfest von unserer Familie zu eurer. Und es gibt ein neues Mitglied in der Familie. Ob Jasmine damit wohl die Baby-News verkündet? Nein, es ist ihre neue Gitarre, die sie von ihrem liebsten Ehen geschenkt bekommt. Was ein tolles Weihnachtsgeschenk! Teilt die Tochter von Fürst Abert auch immer wieder musikalische Einblicke mit ihrer Instagram-Gemeinde. Nun kann sie sie auch noch selbst auf der Gitarre begleiten. Das sieht wirklich nach einem gelungenen Weihnachtsfest aus.